Willkommen zurück bei Let's Fail Pokemon in der Siegestraße. Das nervt wieder so ein scheiß Pokemon. Es ist ein Meditalis. Meditalis, was willst du von mir? Tschüss, verpiss dich. Boah, level 44, ey. Wir sind richtig schwach gerade. Wir müssen trainieren und zwar dringend. Aber erst nachdem wir aus der Siegestraße gekommen sind. Warum habe ich Rheon geheilt? Egal. Weil auch Rheons haben Gefühle. Irgendwie. Oh Mann, jetzt müssen wir unsere ganzen Beleber verwenden. Nur weil uns ein paar nervige Pokemon nicht flüchten haben lassen wollen. Das nervt mich jetzt schon ein wenig. Aber nur ein wenig. Es ist ja nicht so, als würde ich voll genervt sein. Nein, nein, nein. Ich bin nur ein bisschen genervt. So. Es ist wieder ein Tag vergangen. Ein neuer Part. Und ich sage es logo an erster Stelle um kurze Prozesse zu machen. Wie ein Richter mache ich kurze Prozesse. Du solltest nicht selbst zufrieden werden. Nur weil du so viele Orden der Arenen besitzt. Es wird immer jemanden geben, der besser ist als du. Nicht in Pokemon. Und ich trinke mal schnell einen Schluck. Michaela, hm. So nah, mal freut mich mal, dass wir mal wieder ein Setten auf... Ein Pokemon sehen, dass wir so ein Nusetten sehen. Aber egal. Er hat wegen unserem Dharma. Er lebt sein blaues Wunder. Ach scheiße, jetzt zieht mich mal die Hälfte ab. Okay, nochmal. Äh, noch ein bisschen. Ja, Schlitz, mein Luggerg nur auf, genau. Na, das herrscht bekanntlich ab. Und danke für die Top-Genesung. Warum haben wir all die Trainer Top-Genesung? Das nervt. Das ist einfach nur nervig. Und ich fange mal wieder an, mich aufzuringen. Aber das ist ja lustig. Äh, wie sieht die Hitze-Kolle ab? Vielleicht mehr. Ne, sieht doch mehr ab, oder? Ich hab immer recht, wenn's um Fane geht. Richtig, jetzt sieht mehr ab. Ja, natürlich. Natürlich war's ein One-Hit-Kill. Ich dödel, setz hier, stelle nicht Erdbeben ein. Und ne, jetzt haben wir recht, level 40. Hat immer noch, nur noch ein KP. Volona! Haben wir auch noch nicht gesehen. Und tschüss, Volona. Schönes Pokemon, eigentlich sehr idel. Und tschüss, Volona. Aber es ist ein cooles Pokemon. Vielleicht tue ich's mal in ein Team ein. Du bist besser als ich. Ja, du sagst mir ständig Dinge, die... Die Trainer sagen ständig Dinge, die ich bereits schon lange weiß. Und hier ist ne Surfstelle, deswegen hab ich den Tacho mitgenommen mit Kaskade, weil hier müssen wir hoch. Um beides zu kommen, ähm... Ohne Kaskade kommt man hier ansonsten nicht weiter. Und hier ist ne Treppe. Bist du das? Ne, ich bin's nicht. Ich bin hier nur, äh... Auf Durchreise. Ich bin einfach nur auf dem Weg nach Propulicity. Raimund. Okay, Raimund. Pfff, Keklion. Was soll denn der Scheiß jetzt? Habt ihr einen Keklion im Team? Also ich nicht. Ich hatte noch nie einen Keklion im Team. Weil ich Keklion nicht so besonders gut finde. Naja, gut, es hat die Fähigkeit, äh, Dingens, ne, was immer die... Tja, du bist zu schwach für einen Gelegator. Es hat ja die Fähigkeit, mit dem es sich immer den Typen anpasst, von dem es angegriffen wurde. Aber das hat auch Nachteile. Wenn es zum Beispiel von einem Drachentyp oder einem Geisttyp angegriffen wird, dann hat es Probleme. Wobei, ne, von einem Geisttyp kann ja Keklion nicht getroffen werden, weil normal Pokémon ja nicht getroffen werden können von Geistattacken. Natürlich kommt jetzt den Toxa, es war mir völlig klar, dass der jetzt seinen Pokémon nervt, äh, wechselt, um uns zu nerven. Aber bei den Toxa haben wir ein Gegenmittel, und zwar Erdbeben. So, Boden gegen Gift ist sehr effektiv. Und schützt den Toxa, das wirst du nicht überleben. Und wenn, dann doch, dann bin ich wütend. Boah, ich merke gerade, die Toxas verfolgen uns sogar in die Siegestaße hinein. Okay, Keklion, schon wieder. Und es wird jetzt nicht gewechselt, ja, wenn doch, dann bist du ein Weichei. Okay, so, jetzt hat es seinen Typ verloren, und jetzt ist es anfällig gegen der Kampfattacke Doppelkick und wird gekillt. Weil ich trinkt da jetzt einen Schluck, weil ich gar nicht hier so viel am Stück geredet habe. Ja, perfekt, Rihon. Ich zeige euch, dass Rihon schwache ist, Rihon ist ein Schwunger, aber Rihon allein ist scheiße. Kein Grund, mir die Zunge auszustrecken. Ich bleib bei meinem Argument, dass du scheiße bist. So, Erdbeben und Tschüss. Boden gegen Gestein ist sehr effektiv. Ne, Erdbeben lassen, äh, ähm, ja, lassen Felsen, äh, Felslawinen auslösen und so, und das ist ja... Irgendsuch, ne? Diese kleine Kröte ist echt stark. Bezeichne mich nicht als Kröte. Du hast doch einen Keklion gehabt, hä? Also bist du hier die Kröte. Okay, hier ist eine Hängebrücke. Hoffentlich bricht ich nicht zusammen. In Zeichentricks sehen oder in Anime allgemein, da krachen die, ähm, Seilbrücken immer zusammen. Aus irgendeinem Grund. Danke, Goldberg, dass du uns fliehen lässt. Ich habe mir schon mit Vorsitz, dass du uns nicht fliehen lässt und dass du ein Arschloch-Pokémon bist. Arschloch! Was taucht denn hier jetzt schon wieder für einen Scheiß auf? Ich schwöre, ein Kiffer ist hier. Ja, rauchen, joint und verpiss dich. Ich trete dich zum Mond. Dort geht das Kippen genug. Oder, äh, Joints. So, Flunkkiffer. So, und weiter geht's. Ich laufe vier Schritte und es kommt ein neues Pokémon. Das gibt's doch nicht. Ach, jetzt hat er seinen Kollegen des Golbert geholt, um uns, äh, aufzuhalten. Warum gibt es hier viele Pokémon? Ich hasse Höhlen. Ich hasse einfach Höhlen. Ich mag alles in Pokémon. Die Wälder und so und die Routen. Ich liebe alles, bis auf diese Scheiß-Höhlen. Du musst doch langsam mal müde werden. Nee, werde ich nicht. Ich werde immer noch sein, bis ich Pokémon-Champion bin. Karoline. Ach, ach, diese Flunkkiffers verfolgen uns sogar bei Trainern. Hat sie wahrscheinlich hier gefangen. Und behauptet, sie hätte es schon seit, äh, seit ihrem ersten Lebensjahr ist. Lieblings-Pokémon. So, abbeben uns. Den Kiffer hätten wir den Boden, äh, unter seinen Füßen weggerissen. Mit Abbeben. Und so wäre es. Ein Pokémon, das keine Schwäche hat. Das heißt, ich kann mit irgendeiner Antacke angreifen. Und zwar mit Hitzekoller. Das ist nämlich vom Typ Geist und Unlicht. Und Geist und Unlicht haben beide keine Schwächen. Wenn sie kombiniert sind. So, Tobias ist down. Ebenso Karoline. Keine Anzeichen von Müdigkeit. Nee, nee, nee. Ich habe ja auch gerade angefangen aufzunehmen. Wie soll ich denn da müde sein? Oh, sag bloß, wir bräuchten gar keinen Kaskade. Wir bräuchten gar keinen Kaskade. Wir hätten auch den Umweg nehmen können. Und wir haben ihn auch genommen. Toll. Wobei, hier ist es vielleicht noch. Ich möchte das Spiel hier hundertprozentig machen. Das heißt, wir hätten so oder so, jetzt seitdem mit Kaskade durchgehen müssen. Okay, eigentlich muss man hier nicht mit Kaskade durch. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Stolrag. Ich kann mich noch an den letzten Part erinnern. Das war vielleicht schön. Schutz, 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 Schutz. Brüller, Brüller, Brüller. Schutz, 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 Schutz. Du gehst ja aus dem Senkel. So, Stolrag. Nee, jetzt habe ich Level 41. Ja. Das war aber schnell. Ich meine, vor vier Minuten hat es noch Level 40 erreicht. Ich habe mir eine Familie trainiert. Mit jedem einzelnen Mitglied. Ich verliere gegen niemanden. Ach, bist du der Siggers-Typ, oder? Ist es der Siggers-Typ? Ist es der? Ja, das müsste er sein. Das ist der Siggers-Typ. Der stärkste aus der Familie des Siggers. Wo wir ja damals, ähm... ...gegen die ganze Familie angetreten sind. Hintereinander. Ai, 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 ai. Warum setze ich überhaupt einen Kampf gegen einen Vogel-Pokémon ein? Das ist dumm, aber egal. Oh, One-It-Kill. Der Boss ist down. Und ich werde es auch wechseln. Logo ist angeschlagen. So, es kommt. Es kommt. Kalabra. Ich glaube, da kann ich sogar Ninitum verwegen. Ne, ne, ne. Synchro. Synchro. Mir fällt es wieder ein. Synchro. Gut, dass ich ein Part Synchro genannt habe. Sonst hätte ich das jetzt vergessen. Okay, ich greife nicht. Ich wiederhole. Ich greife nicht mit Toxin an. Denn das ist Todesurteil. Ich greife mit Spukball an. Ja, natürlich. Oh, es kommt. Ah, Voltensu. Voltensu kann was gegen Ninitum? Was denn? Also, jetzt will ich wissen, was Voltensu gegen Ninitum drauf hat. Bis. Ich dachte, ich dachte gerade, Ninitum wäre schneller. Deswegen habe ich jetzt mit Spukball angegriffen. Aber ich hätte mir denken können, dass Voltensu immer noch schneller ist als Ninitum. Aber, naja. Okay. Mal wieder muss Tropius ein bisschen Abhilfe schaffen. So, Tropius, was machst du denn? Ausch, du bist erst mal vom Seele gesoffen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Und nach... Oh, es zieht die Hälfte ab. Natürlich zieht die Hälfte ab. Und natürlich trifft dieser Funken Sprung. Und natürlich wird es die Tropius Kilden, nehme ich an. Oder? Natürlich, Paralyse ist immer gut. Ja, genau. Ah, ich wäre jetzt gerade nicht gewesen, wenn er Tropius nicht angegriffen wäre. Schönen Dank auch Voltensu. So, genau. Heil ruhig dein Pokémon, um mich weiter zu nerven. So ist es recht. Bring diesen Kevin nur zu Weißbluts, damit er auch schön viele Filk ausmacht. So ist es recht. Ich liebe es. So, und jetzt kommen wir mal. Und er hat die Fähigkeit Blitzfänger. Und er ist immun gegen jede andere Elektroattacke. So, jetzt wechselt er wahrscheinlich sein Pokémon. Ich beschmeiß ihn jetzt mit Felsen, die hier so rumliegen. Oh. Naja, bis... Okay. Logak, komm her. Naja, ich glaube, dass du schneller bist als Voltensu. Und jetzt sag, lass die Erde beben. Nein, er ist schneller. Fuck. Ja, da legst du mich doch am Arsch. Herrschaftszeiten, das kommt noch gar nicht wahr sein. Nimm nur Arsch und zwölf. So, setzt sich jetzt gleich die Eros... Ne, ich setze Doppelteam ein. So, es liegt dann hier. Du musst gewinnen. Ansonsten fällig. Verdammt, wie viel zieht Funken gesprungen ab? Das kann doch gar nicht sein. Ey, das ist doch nicht wahr. Ich hab's abgezogen. 56 Kp, er leckt mich doch am Arsch. Ich setze meinen Übertrank ein und hoffe, dass der nächste Funken sprung daneben geht, sodass wir im Doppelteam einsetzen können. Okay, ich heile mein Pokémon. Es hat so keinen Sinn. Jetzt hat er 50 Kp verloren. Entscheide dich mal, wie viel du abziehen willst. Schwertanz und dann Eros. Eros ist immer schneller. Außer es ist jetzt Ruckzuck. Ey, neun, ey, 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 ey. Okay, nochmal heilen und dann angreifen. Nein, ich hab mich vertippt. Ah, danke. Ausgleichend jetzt vertippe ich mich, ist ja super. Okay, Sandara, komm her. Du musst mal dich opfern, damit ich ein Pokémon heilen kann. Sonst werden wir verlieren. Und zwar heilig Logok. Logok kann mit seinem Erdbeben, das wird dann so schnell killen. Dankeschön. Und jetzt, warum hat das eigentlich nicht mit einem Elektro-Tagern angegriffen? Normalerweise machen sie ja immer sehr fiktiven Schaden. Naja, ist ja auch egal. Okay, jetzt aber wieder ein Hypertrank auf Logok. Oh Gott. Ja, wir müssen noch mit zurück ins Pokémon-Sender. Scheiße. Aber zuvor möchte ich noch alle Trainer besiegen. Denn es taucht hier am Ende der Höhle noch ein Rivale auf, den wir lange nicht mehr gesehen haben. So, Erdbeben und tschüss. Ja, ist mir egal. Das kann von mir aus jetzt ein Volltreffer sein. Danke. Natürlich. Tut uns jetzt die Paralyse einen Strichdurchrechnung machen. So, das ist hier für dich. Für alle meine Pokémon, wie du das gekillt hast, Voltenzo. In den letzten zwei, drei Minuten. Boah, ist dieser Trainer stark. Er leckt mich fett. Kadabra schon wieder. Warum haben wir unseren Elektro-Tagern jetzt nicht mehr? Das ist doch scheiße, Leute. Ah, komm. Ja, eine Psychokinese kommt immer im Arsch. Ich gleiche aber trotzdem mal an Hitze-Koller. Ich glaube an dich, Lorak. Keine Paralyse. Sehr schön. Arrivederci, Kadabra. So leicht markierst du mich nicht. Ich bin zäh. Ich kämpfe bis zum letzten Atemzug. Na, Tengul ist leicht zu killen, hoffe ich. Er herzelt sich, aber es hilft ihm nichts von meinem Hitze-Koller, weil Hitze-Koller ist eh spezial. Auch wenn es minus zwei Spezialangriff gesunken wurde. Hoffe ich, dass es immer noch so effektiv ist. Und es ihn one-hitten wird. Jawohl. Und Level 44 für Logok. Unser Starter zeigt, was er es drauf hat. Angriffswert ist ziemlich hoch. Level auf 135. 45er Pokémon. Ja, geht eigentlich. Besser als meine Familie. Das ist unmöglich. Tja. Ein Hyperheiler. Na toll. Wir haben die ganzen scheiße Zynie-Bagel gemacht. Das ist ja mal wieder wunderbar. 1a. Erste Klasse. Ich sagte Erste Klasse und du nervst mich jetzt nicht und tust mich meinen Dialekt untersprechen. Komm, ich spiele jetzt ab. Dam-dam-dam. Okay. So, hier geht es weiter. Aber ich schaue jetzt mal nach, was es hier unten gibt. Hoffentlich ein Item. Oh, wo geht es denn hier lang? Nein, noch weitere Trainer. Oh Gott, wir müssen hier raus. Ich will hier raus. Ich will hier nicht mehr sein. Nein, lass mich in Ruhe. Ich will jetzt wissen, wo es weitergeht und nicht, welche Pokémon es hier gibt. Ich weiß ja schon, welche Pokémon es hier gibt. So, wir wissen hier lang. Okay, das sieht ja schon sehr, sehr suspekt aus. Oh, ich habe ein neues Wort gesagt. Suspekt. Gut, dann zertreten wir erstmal das Ganze. Zertreten, zertreten. Ja, danke auf mir getanzt. Guckt euch das mal an. Gebrochen, gebrochen, weg, weg, gebrochen, bochen, bochen. Zitat aus Happy Feet, glaube ich, oder? Ja. Natürlich möchte ich stärker einsetzen. Also, Lorak, du bist der letzte, letzte Pokémon, was ich noch habe. Du musst alles geben. Ansonsten kommen wir hier nie heraus. Und werden hier immer und ewig festhängen in der Siegestraße. Oh, sind hier schon fast draußen. Cool. Lass mich doch in Ruhe, du Scheiß-Hariyama. Na doch, wir sind fast aus der Höhle und wir haben nur noch einen. Okay, hier ist ein Trainer. Soll ich den noch machen? Ja, komm. Wenn wir verlieren, dann sind wir im Pokémon-Sender. Dann haben wir uns eine Menge Zeit erspart. Und wenn wir nicht, dann... Dann haben wir ihn halt geschafft. Dann verlieren wir halt gegen den Rivalen. Oh, der hat eh nur einen Pokémon und einen nur Tuskan. Na, das passt ja. Was Besseres hätte ich mir gar nicht vorstellen können. Es ist Itza, aber... Er hat keine HP mehr. Okay, Stärke. Nieten-Ranke. Nieten-Ranke. Jetzt setzt sich sicherheitshalber ein Hyper-Trank ein. Weil ich nicht möchte, dass wir diesen Kampf jetzt noch verlieren. Weil es eben nur noch ein Pokémon ist. Dann können wir mit Würde verlieren. Und dann mit vollen Pokémon, also mit gehaltenen Pokémon, später dann gegen den Rivalen antreten. Und aus der Siegestraße kommen. In die Liga gehen. Und dann die Pokémon ins Green trainieren, wäre ich sehr. Das wird ein Special-Part werden. Und, ja. Ich werde es ins Green machen. Ihr müsst es nicht anschauen. Ich werde es ganz am Schluss hinsetzen in der Playlist. Ansonsten werde ich die Off-Screen-Trainer, äh... Naja, die Off-Screen-Trainieren überspringen. Natürlich werde ich nicht normal weiterspielen. Ich werde natürlich beim Off-Screen-Part... Äh, beim, ja, beim Ding, ne, beim, äh... Special-Trainierung-Part werde ich natürlich alles kommentieren und so. Und, ja. Es so gestalten, dass es nicht langweilig für euch ist. Und jetzt verlieren wir mal schön gegen den Rivalen. Und nicht gegen dieses wilde Goldblatt. Komm, das nicht nur. Aber so, bevor ich das machen, muss ich mein Logo keilen. Aber wir haben keine Scheiße, stimmt. Also wir haben eine Top-Genesung. Soll ich es nehmen? Soll ich es nehmen? Ne, komm. Ich nehme Hyperheil, das passt schon. Jetzt muss ich voll auf Lorox spielen. Ich gebe sogar noch ein Elixier. So viel Mühe gebe ich mir jetzt. So, flink, glaube ich. Ich weiß nicht, lohnt sich das eher. Nicht mehr. Wir müssen mit einem Pokémon sechs Pokémon keilen, die über Lorox-Level sind. Also, das klingt unmöglich, aber ich werde es schaffen. Glaub mir, ich werde es schaffen. Und wenn nicht, dann eben nicht. So, hier ist der Ausgang. Und hier taucht wieder ein wildes Familiärmann auf. Lass mich in Ruhe. Ach Gott. Und dann taucht hier der Rival auf. Es ist der schwule Heiko. Hallo, Kevin. Du bist bestimmt überrascht, mich hier zu treffen, was? Ich habe es bis hierher geschafft. Und das verdanke ich dir. Kevin, meine Niederlage gegen dich hat mich sehr viel Stärke gemacht. Ich werde nie wieder verlieren. Ich werde gewinnen für die Pokémon, die mir Mut an Kraft gegeben haben. Okay, jetzt komme ich. Ah, er kommt. Okay. Ähm, zweideutig Extremos, aber egal. Das ist der letzte Trainer, der uns noch vor der Pokémon-Liga im Weg steht. Ja, das ist ein Altaria. Das ist ja schon mal Weltklasse. Ein Flug-Pokémon. Flug-Daten genauer zu sagen. Aber ich werde es schaffen. Lorox, du schaffst es. Hoffentlich kommt es kein Aeroas oder so. Es kommt, äh, Aeroas. Ne, doch nicht. Drachentanzer wird sein Angriff und seine Initiative. Das, äh, könnte fatal werden, wenn man das öfters einsetzt. Und der letzte Teil. Was ein Scheiße. Fuck. Das tat weh. Das tat so richtig weh. Okay. Hm, hm. Ich probiere es mal. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen. Aber ich glaube, die letzten Pokémon werden leichter sein als dieses Altaria hier. Er hält sein Pokémon auch. Nein. Nein. Das ist ein super Trank. Okay. Okay, ich soll mal recht tun. Soll ich, äh, ich setze es, soll ich, soll ich, Hitzekoller, ich meine, die Attacke ist nicht sehr effektiv. Aber es ist Depp drauf und es ist Spezial. Und Lorox, ähm, Lorox Spezialverteilung ist genauso hoch wie sein Anglosswert ungefähr. Allerdings ist die Attacke nicht sehr effektiv. Aber immer noch stärker ist Stärke. Okay, und Hitzekoller hat einen hohen Angriff an. Boah, ich dachte schon, der greift mich nochmal mit Eoras an. Das wäre jetzt was gewesen. So, Hitzekoller, der muss sitzen. Komm, komm, komm. Oh, es reicht nicht, es reicht nicht. Nein, es reicht nicht. Aber vielleicht schaffen wir es dann noch mit Stärke. Ja, jetzt kommt Eoras. Es ist kein Volltreffer, wenn ein Volltreffer kommt, haben wir verloren. Gut, boah. So, nochmal Stärke und es müsste reichen. Hoffentlich reicht es. Jawoll, Volltreffer. Huh, okay, das war Altaria, das schwierigste Pokémon von Heiko. Bleiben nur noch vier. Oh nein, jetzt kommt ein stärkstes. Nein, oh, Psycho ist es auch noch. Und es ist, oh Gott. Es kommen laute Pokémon, die stark gegen unsere Pokémon sind. Scheiße. Warum habe ich eigentlich keinen Sonderbomben und eins unserer Pokémon gegeben? Dann wäre es natürlich wiedergelebt worden. Und jetzt haben wir verloren. Game over, oder? Ja, game over. Wir haben gegen die Transe verloren. Schönen Dank auch. Schönen Dank auch. Das ist doch fies von den Machern. Kurz vor dem Ende der Siegelstraßen noch ein Scheiß-Trainer einzubauen. Das gibt es doch nicht. So ein Scheiß. Ich schwöre, die Macher haben doch gelitten jetzt. Die haben sich gedacht, das reicht doch nicht. Wir müssen die Siegelstraße noch schwieriger machen. Wir sind Japaner, die müssen das so machen, weil wir Japaner sind und die Europäer nerven wollen. Deswegen bauen wir in der europäischen Version noch einen weiteren Trainer ein. Und zwar Heiko. Ja, ja, ja. Das werden Sie sich gedacht haben. Okay. Jetzt bin ich richtig angepisst. Das haben die Japaner mir richtig ins Gesicht gepisst. Wie ein Katzenklo. Das war ein Vergleich, aber es ist so. Räumt sich sogar. So, jetzt werde ich speeden. Ich werde die wilden Pokémon einfach nur speeden. Ich werde hier alles noch mit speeden, bis wir hier wieder am Ende des Scheiß-Siegelstraßen sind. Oh nein, ich hasse diese Felsen über alles. Lass mich doch in Ruhe. Ihr Scheiß-Pokémon geht mir auf den Sink-Tel. Lass mich. Mensch, Maja. Wahrscheinlich hat es jetzt mal einen Tassengetipp, aber ist mir egal. Ich will hier raus. Ich will hier nur gegen den Trainer. Okay. Oh Mann, 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 oh Mann. Moment, Moment, ich habe da was gesehen. Nein, nein. Geht's hoch? Hier geht's nicht hoch. Hier ist ein Item. Das möchte ich natürlich haben. Ich würde dieses Item. Okay. Äh, Punkt mal was später Blablabla, lasst mich in ruhe, ja ihr scheiß Nerven Pokémon nervt mich ... Damm 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 da Jetzt lasst mich doch in Ruhe, Mensch, ihn herrscht noch mehr als ein Lied von Barbaras Dreisand, ich schwöre. Ein fliegendes Gäubelt auf dem Wasser, ja, das ist ja mal heldenhaft. Heldenhaft. Und so marschiert unser Held durch die Siegestrasse. Auf der Suche nach diesem Item, was er da vorhin gesehen hat, oh Mann. Nein, das ist doch nur dieser Scheiß-Umweg, was mache ich denn da? Nein, es muss wieder zurücklaufen, Steuer geben, auch nicht auf die Nerven. Wir müssen hier den Wasserfall runter, so ungefähr, genau, dann hier da, so, genau, so ist es richtig. Aber was ist eigentlich hier unten? Ich will noch schauen, was unten ist und dann können wir durch, äh, ja, auf die Siegestrasse lauf, äh, lauflaufen. Das ist nicht das Ziel, nur eine Zwischenstation auf dem Weg zur Pokémon-Liga, ha? Und da war ganz irgendwo so eine Flasche, eine Flasche. Okay, okay, Michelle, was willst du, hä? Na, dein Nass mit, du riskiert eine lange Nase, wenn sie sich gegen meinen Lobock messen will. Okay, ich trete ihn zum Mond und ich trinke jetzt dafür einen Schluck. Natürlich, dass du überlebst. Wie soll es auch anders sein? Ein KP ist immer schön. Und natürlich, natürlich, mhm, mhm, mhm. Genau, genau so stelle ich es mir vor. Genauso stelle ich mir die Rubin-Edition vor. Ja, da eine Welle und dann auch noch ein Trank. Und das hier, das ist, das ist die dritte Generation. Falls ihr euch ein Bild von der dritten Generation machen wollt, dann schaut euch diesen Part an. Und genau dieser Kampf hier, der Anfang, der war typisch für einen Rubin. Das geht mir so, weil ich verkehren aus. Ich, 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 ich schreie es richtig gleich ins Mikrofon. Ich schwör's euch, wenn noch einmal so eine scheiß Paralyse kommt, schreie ich ins Mikrofon. Gut. So, fick dich nass mit. So, was kommt jetzt? Alter, ich wollte nie gegen ein Minitalis in der Siegestraße kämpfen. Und dann taucht hier plötzlich eins bei einem Trainer auf. Genau. Als wollte man mich nerven. Ich bin so angepisst. Ich bin so angepisst. Jetzt hoffen, hoffentlich kommt es kein Turmkick. Ansonsten bin ich sehr angepisst. Piss mich bloß nicht an, ja? Natürlich kommt Turmkick. Ich habe gesagt, hoffentlich kommt kein Turmkick. Was kommt? Turmkick. Genau. Genau. Natürlich kommt es. Oh man, oh man, oh man, oh man, oh man. Das ist doch ein Let's Fail. Das ist kein Let's Play. Das ist ein Let's Fail. Ich fail hier am laufenden Band. Wen seht ihr das? Funktioniert nicht gegen hier, Tom. Also, ha? Vergiss es. So, ich spuck dich an. So richtig ins Gesicht. Bam. Ah, sehr tief. Keine Ahnung warum. Weil, äh. Geistes gegen, äh. Kampf doch nicht sehr effektiv. Glaube ich zumindest. Aber es war trotzdem sehr effektiv. So. Sein letzter Scheiß-Pokémon ist ein. Kapaloris. 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 Hier hätten wir jetzt perfekt unser Absol nehmen können. Aber nein. Absol muss sterben. Turmkick. Ahhhhh. Und dann den Garten auch. Ahhhhh. Jetzt haben wir ja schon wieder so wenig Pokémon. und wir müssen auch wieder mal gegen Heiko traten. Ich bin immer noch da, Leute, ne? Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Paralyse-Streik. Nehme ich an. Oh, Spukball. Toll. Ja. Und tschüss. So, Level 45. Kapaloris erledigt alle mit Leichtigkeit. Das ist der Weg. Wie? Das ist der Weg. Wie? Das ist der Weg. Dieser Weg ist steinig und schwer. Lass mich in Ruhe. Ich speed jetzt alle mit einem Pokémon. Ich will jetzt einfach nur noch diese Scheiß-Siegelstraße fertig haben. Egal was es mich kostet. Und ja, könnt ihr so rumflamen wie ihr wollt. Ich will hier jetzt aus dieser Scheiß-Siegelstraße scheiß nochmal, verdammt nochmal raus. Ich werde hier noch... Verwalt. Ich krieg hier Platzangst, wenn ich hier noch länger drin bleibe. Wäääh? Okay, dieser Weg steht im Kreis, ne? Sehr interessant. Okay, am, nu, nu, dann lass mich in Ruhe. Na, natürlich taucht dir noch ein G-Rock auf. Wie soll's auch anders sein. Na, nu, 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 nu. A, nu, 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 du, nu, du Scheiß, äh, Gollbatz. Blöde, blöde 많이 seien. So ents Vater. Ich heilte den Platz und ich selbst, wenn ich cheaten muss um ihn zu kochen, ich mach den jetzt Platz. Ich werde natürlich nicht cheaten, ne? Ich geb den jetzt... Ich geb mein Pokémon eine Sonnebaumions um sie zu heilen. So, nehmen wir doch mal sofort alle KP wieder Ich weiß, sollte man nicht machen Aber ich mache es trotzdem Ich will jetzt einfach nur aus der Siegesstraße raus Weil ansonsten würde ich hier wahnsinnig werden Das dient zu meiner eigenen Gesundheit Dieses Sonderbonbons So, und ich werde auch mal ein Safestead setzen Und dann passt es Dann ist es ja ein paar 30 Minuten lang Dann geht es morgen weiter mit einem Ins-Stream-Offscreen Sag ich mal, mehr Training Den Pokémon Na komm, lass mich, du Schwuchtel, du Transvestiz Na, sagt man doch schon mal, oder? Ich wechsel Und zwar, mach ich es kurz Und zwar Äh, ab soll So, das ist der Boss von der Siegesstraße, kann man sagen Und es zieht natürlich mal wieder sauviel ab Wie soll es auch anders sein Äh, ein Schwertanz Bodyguard, er setzt aus So haben wir recht sein Wenn es ein Vortreifer kommt, dann Dann bin ich nur noch angepisst Dann Dann schmeiße ich, äh, alles weg Dann kommentiere ich gar nichts mehr Dann dürfte er einfach nur zuschauen Ich danke euch dann bei diesem Altar, ja Falls es so sein sollte Okay Jetzt halt, wie soll ich heulen Ich greife an Ich bin hier ja kein Weicher Ich greife an Komm, du wirst überleben Ich 내가, irgendwie he curriculum قط Ich glaube Ich werde hier Ich bin 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 hier Alter! Wie wenig zieht der Scheiß ab. Und er hat sein anderes wiederhöhlt. Wir haben verloren. Wir haben verloren. Ich lade jetzt den Safestate. Es ist mir scheißegal, was ihr jetzt denkt. Ich lade jetzt den Scheiß. Ich halte es nicht mehr aus. Ich will hier raus. Ich will hier verdammt noch mal raus. Ich will hier raus. Ich will hier raus aus dieser Höhle. Lalalalalala. Ich will hier raus. Und du hältst mich nicht auf. Scheiß Ariyama. Da 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 da. Lass mich in Ruhe. Scheiß Haiko. Da 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 da. Ich mach dich glatt. Ich mach dich glatt. Ich mach dich glatt. Da 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 da. Ich speed jetzt einfach nur, bis dieses Scheiß Altaria down ist. So. Hier da. Toxin. Only for you. Natürlich ist es schneller. Ist klar. Es ist immer dasselbe Scheiß. Ich schwör's euch. Ist das nicht schön? Es ist wunderbar. Wie das Altaria schafft uns zu humiliaden. Lass mich. Du kriegst eins auf den Senkel. Da 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 da. Da 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 da. Und ich lade mal wieder. Äh. Okay. Den ganzen Schrott nochmal. Und zwar sitzt ich Loro. Jetzt an erster Stelle gegen. Fucking äh. Altaria. Äh. Ja. Passt schon. Passt schon. So. Stärke. 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 Ja. Komm. Setz ruhig so viele Top-Schütze ein wie du möchtest. So. Hier. Äh. Da wächst sich zu. Absol. Oder Absol. Ja. Absol. Komm. So. Angriffswerte erhöhen. Nein. Nicht das. Sondern hier. Schwertanz. Schwertanz. Und jetzt werden alle Pokémon gewonnen hitted. Egal. Das kostet. So. Euras. Tschüss. Nochmal. Euras. Tschüss. Tschüss. Ist zwar Magneton. Aber ich scheiße drauf. Alter. Natürlich hat es ein Pokémon wie geil. Ja. Natürlich. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Habt ihr das echt gesehen? Unser Pokémon hat sich mit einem Kill selbst verletzt. Ist natürlich. Natürlich. Ahem. 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 Es ist immer dasselbe Scheiße. Natürlich. Ey komm. Kannst du nicht einfach nur sterben. Geh sterben Mensch. Niemand kann dich leiden. Natürlich. Ja genau. So. Pflanze gegen Pflanzetrupp. Ist gegen fucking Roselia. So. Fliegen. So. Tschüss. Wir sind fertig. Ende für den Part. Lass mich. Ist mir scheißegal was du gequatscht hast. So. Wir sind in der Liga angekommen. Da da da. Ja epischer Moment und so. Tralala. Und bis zum nächsten Part. Wir sind jetzt in der Siegestart. Wir sind jetzt in der Pokémon Liga. Ich mache jetzt tschüss. Ich mache jetzt Schluss und sage tschüss. Bis dann Leute. im nächsten Part. Ähm. Ähm. Ich weiß ja nicht mehr was ich mache. So. Im nächsten Part. Trainieren. Weil ihr den sehen wollt. Hier rechts ist der Link. Falls ich den noch nicht habe. Dann wird hier noch kein Link sein. Äh. Und falls doch. Dann ist hier rechts. Jetzt rechts ein Link. So. Falls ihr das aber überspringen wollt. Dann ist links der nächste. Der nächste Part. Dann geht es nämlich mit der Pokémon Liga weiter. So. Ich mache das Ende im Gelände. Und ich sage jetzt tschüss. Hab noch einen schönen Tag. Und auf Wiedersehen.